Mr. Lava Lava Mr. Lava Lava Das ist ein klasse Wahlspiel, gell? Und auch fast von mir. Eigentlich müsste das jetzt reichen. Aber das muss gar nichts heißen. Was ich mal testen möchte, es kann natürlich sein, dass jetzt alles hier abbrennt. Wenn ich da jetzt Lava mache. Yay, das funktioniert. Wie geil. Drei hoch, genau. Hier noch ganz kurz hoch. Wow. Guck mal, gleich so ein Verschluss rumgemacht. Jetzt wollte ich extra, dass jetzt mein ganzes Portal zufließt. Das war Absicht. Alter, ich dachte gerade schon, ich hätte zu wenig Lava. Oh, die Musik ist lauter. Die muss ich runterstellen. Ganz kurz. Alter. Klimpert mir das Klavier ans. Oh, ey. Das ist deutlich zu laut. Und gleich haben wir unser Portal fährt. Ach, scheiße. Nein, haben wir natürlich noch nicht, weil ich noch Flint und Steel brauche. Auf Deutsch ein Feuerzeug. Ich skille mich durch alles durch. Na, weil Flint muss ich ja haben, ne? Hab ich, also Steel hab ich hier. Und Flint hab ich hier. Ne. Doch, ich hab sogar ein Flint in Steel. Boah, wie geil. Alter. So, es kommt alles rein. Da kommt einfach mal alles rein jetzt. Alles. Und mit alles mein ich alles. Weil ich geh jetzt in den Neta und... Naja. Hier geht's. Er meint ein super Glück. Ich hoffe, der Neta ist nicht auch so aufgebaut. Brennt Holzbeine-Portal ab? Ich nehm mir aber ne neue Spitzhacke mit. Ist noch irgendwas angeschwemmt worden? Ich nehm mir ne neue Spitzhacke mit. Oh, Tü, Tü, Tü. Übrigens, kann sein, dass das iPhone irgendwann einfach so ausgeht. Äh, naja. Hat ja nicht unbegrenzt Speicher Und ich hab keine Ahnung Wie groß so ein Video wird Wahrscheinlich ziemlich groß Es wird sehr wahrscheinlich sein, dass es nach 14 Minuten Oder so ausgeht Und dass dann einfach nichts mehr ist Also entschuldigt mich schon mal dafür Ich weiß, dass es passiert, von daher Kann ich mich auch schon dafür entschuldigen Ähm Nur noch 2 Millionen Relax me Ich hab doch Ah, da hab ich noch Steak So, die sind noch fertig Yay, 3 Kartoffeln So, oh, zu weit gedreht Die Feuerzeug ist auch da Ich lass einfach alles mal da Meine Rüstung hab ich an Okay Alter, wenn mir die Rüstung weggeht, ne Okay Wünscht mir Glück We need to go deeper Downloading Terrain Ich Bin What the fuck Äh Natürlich Was auch sonst Alter Im Netalekt ist ja übelst Ja, natürlich Geh ich da jetzt rüber Ja, ich muss da rüber gehen Das ist mein innerer Instink Alter, wie soll ich hier runterkommen Wartet mal Ganz kurz Super, hat sich ja gelohnt Die Spettacke Äh Zubauen, zubauen, zubauen Alter Was passiert, wenn man brennt In ein Portal geht Hört man auf zu brennen? Nein, man hört nicht auf zu brennen Alter, ich bin so dumm Ohne Witz Ich bin einfach Strunztum Nee Jetzt Sag mir nicht Alter Nils, bist du dumm, ey So, neue Rüstung machen Toll Freu ich mich aber Helm und Hose Ich kann mir nur einen Helm machen Weil ich zu armfestig bin Da ist noch Eisen drin Und Äh Da ist fast kein Eisen mehr drin Jetzt sag mir nicht Wir haben noch keinen Ofen Wir haben keinen Ofen Ja Jetzt sind wir reich Das war Absolut überhaupt nicht ironisch gemeint Ja, reicht genau für zwei Wir haben echt noch keinen Ofen Alter, was mit meiner Maus-Sensitivität los Voll ungewohnt Alter Irgendwas stimmt hier nicht Ich mach mir jetzt hier meine zwei Öfen hin Dann brauch ich noch Kohle Ja Neuer hier Ja, reicht so Acht in jedes Zack Und zack Hier 23 Eisen rein Und da 23 Eisen Und wir gehen noch mal in den Nähter Und hoffen, dass wir diesmal mehr Glück haben Und ich hoffe, jetzt kommt niemand hier in mein Zimmer Mit weniger Rüstung wird das auf jeden Fall leichter Aber wir haben einen Pilz dabei Der wird uns helfen Unser Hoffnungspilz Unser Hoffnungspilz Ach, das ist immer noch Oh, Alter Ach, in der Lava fließt es weiter Fuck, deshalb Supi, toll Spitze Nils Alter Wie schnell das fließt Gut, damit hab ich mir eigentlich alle Wege versaut Wisst du was Ich hoffe einfach mal, dass da unten jetzt nichts ist Schnell irgendwo reinbauen Super Ja Weißt du, man sucht Man sucht Ist doch so Man sucht immer jahrelang nach einer Festung Ich geh hier rein Alter Im Ernst Die Musik passt grad super Ich sneaker Die ist direkt ein Eingang oder was Nee Der ist näher Quarz Ich würd mal ganz gerne so Marmor machen Ob das was wir zum bringen Hier krieg ich übrigens auch unendlich Baumaterial, ne Oh, da oben waren die Lohn Das ist hammermäßig uncool Wo sind denn die anderen? Ja, ich hab den getötet Wo waren denn die anderen jetzt? Die sind natürlich weg Logisch Doch, die sind weg Gloustone brauch ich eigentlich nicht Warum bin ich eigentlich in Neta gegangen? Frage ich mich grad Warum? Ich hol mir das Neta Quarz und geh dann wieder raus Ich brauch ja ja nix eigentlich, oder? Ja, Lohnstelle bräuchte ich Hab ich ja einen Aber ich bräuchte eigentlich echt mehr Danke Oh, hier bräuchte ich Glück Die Glücksspitzhacke Jetzt weiß ich ja, was ich mach War das irgendwie eine Herausforderung oder so? Geh in den Neta oder sowas? Marmor ist übrigens total selten, ne? Ich hab ja irgendwie gehofft Auch wenn man länger braucht Aber ich hab gehofft, dass es das seltener geht Was auch sonst Natürlich Ist ja nur ein Witherskelett Boah, es wär so geil, wenn ich den Alter, was ist denn hier los? Komm her What the fuck? Komm her Na, es sind ja nur drei Es geht ja noch total in Ordnung Drei wither Geil, ich hab Kohle Dafür hat sich's gelohnt Okay Nein Du kannst mich jetzt nicht